Ich habe Angst vor dem Klautern. Jo Freunde, was geht ab. Poppy's Playtime, wirklich ein unglaublich heftiges Horror-Spiel. Vertraut mir, guckt zu Ende, ihr werdet es nicht bereuen. Viel Spaß mit dem Video, vor das Video aber beginnt. Folgt mir gerne auf Twitch, Emra Live, ist unten verlinkt in der Beschreibung. Viel Spaß. So jetzt. Perfekt, danke. Nur 5,99 Dollar. Ich finde Poppy irgendwie mega süß. Ich finde die Puppe nicht nur süß, sondern sexy. Poppy Playtime, Leute. Playtime. Wow, also Es schaut auf jeden Fall richtig geil aus. Also, grafisch Bombe. Ah, warte mal, ich habe jetzt eine Kassette gefunden. Ich brauche einen Kassettenrekorder. Genau. Hallo. Ah, hallo. Mein Name ist Late-Pierre und ich bin der Head of Innovation hier at the Playtime-Code-Toy-Factory. Wenn du das sehen möchtest, dann bist du verabschiedet. Du hast meine Warnung. Es ist nicht zu late, um sich umdrehen. Ich hoffe, dass du sicher bist, was du machen möchtest. Diese Puppen wurden ja mies misshandelt, Alter. Was ist das für ein Spiel, Alter? Welcher kranke Mensch misshandelt Puppen? Ich habe sowas früher gemacht, aber jetzt nicht mehr. Ich bin erwachsen geworden. Wer hat erwachsen an denjenigen, der das getan hat? Okay, ich muss jetzt nachdenken, Leute, nachdenken. Es fängt schon direkt mit einem Rätsel an. Mathematisch, kurz. A-Quadrat plus B-Quadrat. Kasse. Unter der Kasse. Ich brauche jetzt schon Hilfe. Ja. Blau, rosa, gelb, rot. Blau, rosa, gelb, rot. Blau, rosa, gelb, rot. Blau, rosa, gelb, rot. Äh? Blau? Ach, nee, das ist... Grün, 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 rosa, gelb, rot. Bitches. Woow. Pull trigger to fire. Only fire a small object. Do not fire at a co-worker. Hahaha. Ah. Thank you. Er damit. Wow. Hier rein. okay lass los ich habe so ein gefühl du wirst später lebendig dazu danke was ist runter gefallen mit dem schlüssel bitte bleibt hier macht keinen scheiß geschafft leute wir uns geschafft was ist jetzt passiert wo bist du hin er ist einfach weg ich habe angst ich habe angst ich dachte ich bin hier in dem spielplatz das schaut hier nicht mehr nach spaß aus okay was war das jetzt es ist es ist halt einfach hier wurden so schlimme dinge getan aha da ist das zweite da ist das dritte okay eins brauche ich noch na gut ich brauche okay habe alle gefunden was muss ich jetzt machen okay Emra denkt nach wie komme ich hoch durch die Tür im Raum wo ist hier eine Tür Digga wie blind bist denn du ich bin vor deinen Augen du Depp ja das wusste ich ich wollte euch nur testen leute ich wollte euch nur testen so wieder hoch nimm das Baby mit bro nimm das Baby mit thank you oh oh zwei Hände jetzt geil zwei Hände kann ich einiges einstellen es lädt es lädt okay nachdenken kurz nachdenken Strom Strom hier runter so rüber und so achso ne stimmt da war ja was ich habe jetzt zwei Hände die Prankbros sind wieder am starten lustiger Prank gleich kommt der blaue Typ da ich glaube es auch okay so kurz nachdenken Emra Skills raushauen hier warte warte hier 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 kommt auch was hin ja ich laufe mal hoch ich laufe hoch ich laufe jetzt hoch ist mir scheißegal was passiert aber ich ich komme ah das hätte habe ich natürlich nicht schon wieder Strom ich muss das mathematisch anders machen so muss ich das machen warte kann ich mich wieder hochziehen nein warte ich habe es ich habe es ich habe es Leute ich habe es okay ich habe es alles gut Freunde okay passt auf ich muss das hier machen okay dann muss ich das hier machen und dann renne ich rüber und mache den hier mache ich den hier laub zurück und ziehe das hier ab dort nein ich habe die falsche Taste gedrückt Leute geiler geiler Stream mein Gott dieses Spiel ist so geil ich packe es Leute ich packe es ey ihr tut mir so leid ihr müsst euch das ansehen jetzt habe ich die falsche Hand genommen jetzt habe ich die falsche Hand genommen ach du heilige Scheiße ich habe es geschafft Leute ich habe irgendwie Angst ich habee es geschafft ich die falsche Hand Es hat aufgehört. Ah! Spielzeuge! Oh, 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 die Spielzeuge. Die kommen rein. Was gibt's noch? Was gibt's noch? Mehr Spielzeuge. Hallo? Ah, schau, schau, schau da. Ach. Sie sind so süß, wenn sie klein sind. Ich glaube, die kommen nicht mehr heil raus. Ach, was habe ich hier nur erschaffen? Richtig süß. Hey! Okay, ich habe jetzt eine Puppe als Item. Soll ich die jetzt als Kassette benutzen oder wollen die mich hier flaxen? Ah, ich muss die Puppe hier rein. Ja, doch, muss ich. Oh, oh. Ich habe Angst vor dem Blau. Um mich herum sind nur zerstörte Zerstörte Seelen, die sich quälen, zerstörte Seelen. Scheiße, egal, wir probieren es nochmal. Mach doch die Tür auf, siegau. Ha ha ha, du f***. Hau rein, Bro. Nein, es war nur Spaß, du bist keine F***. Spaß, du bist eine. Ha ha ha. Ich hab's schon gearmt, Digga, ich hab's schon gearmt. Digga, was ist das? Boah. Das ist, Alter, das ist intensiv. Ah, mach, Digga, ey, ich bin dick, Digga, jetzt ist es so laut. Digga, ich hab's schon gearmt. Digga, verpiss dich bitte. Bitte, verpiss dich bitte. Oh, Digga, hau, Digga, mega Angst, Alter. Digga, was ist das denn, Spielmann? Digga, fuck. Bro. Also, hey, wer ist das bezü naszym think, wenn ihr das люб存 auf necessary색 scientific Ich kann nicht mehr zu, lass mich zu haben. Lass mich zu. Lass mich zu- Komplett leise. Ich mach leise, ich bin egal. Ich spiel jetzt komplett leise. Scheiße. Wir machen laut. Aber wir machen nicht so laut. Wir machen ein bisschen. Ich muss mich konzentrieren. Ich muss mich konzentrieren. Ich muss mich konzentrieren. Hilfe! Bro! Bro! Das war doch so witz, Digga. Ich wollte doch bespielen mit dir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh shit! Digga, der will ja noch weiter. Das, was ich hier gerade durchmache, ist so heftig, Alter. Das ist das ekelhafteste Horrorspiel, was ich in meinem Leben jemals gespielt habe. Vergiss Outlast. Vergiss Resident Evil. Vergiss... Vergiss alles, Digga. Das ist komplett geisteskrank, Junge. Der Macher ist ein richtiger B****. Echt? Krass, ich dachte das wird so leiser. Ich kann schon den Weg auswendig. Okay Leute, diesmal pack ich's. Es ist so unglaublich laut. Oh mein Gott. Kurz Ei aufgeladen gehabt wieder. Oh mein Gott. Gen, Digga. Wo oben? Ich hab' dich schon echt fick dich, Digga. Du bist so ein dreckiger B****. Kommt. Ich stirbst du da. Ja, es war eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Ich fand's okay. da ist die blume die ich suche ja leute ich hab keinen bock mehr denke ich will schlafen das war zu much das war zu much ich hab keinen bock mehr ich will einfach nur noch heim alter leute ich will heim unglaublich ich bin grad voll emotionslos mich hat mich erschreckt gar nichts mehr ich hab ich weiß ich will auch ehrlich gesagt nicht mehr leben es juckt mich nicht mach wer zum teufel und verfolgt mich digger es interessiert mich gar nicht mehr es ist einfach nur unglaublich es tut mich nicht es interessiert mich gar nichts mehr der typ hat mich auseinander genommen ist mich nicht